Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, den Schlüsselstein erbauen, anzunehmen bei Erzmagier Fargott. Im Nethersturm, an dieser Position, also in diesem Turm ganz oben. Vor Quest war den Schlüsselmeister finden. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.0.5. Also Anfang Schedule Lens. Das Ganze sollte euch vom Prinzip her auch helfen in BC Classic. Für diese Quest muss man in eine Instanz und zwar die Botanica. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist mein Charakter Level 60. Das ist aktuell das Max Level in WoW Schedule Lens. Ich werde also die Instanz alleine schaffen. Das Ganze mache ich aber nur, um euch zu zeigen, von welchem Mob man das Quest-Item bekommt. Das ist kein Boss-Guide oder Trash-Mob-Guide oder Instanz-Alleine-Mach-Guide. Ich zeige wirklich nur das Zeug dafür die Quest. Ich begebe mich jetzt in die Nähe von der Instanz. Ich werde nun eine kurze Unterbrechung machen und sobald ich da bin, werde ich mich wieder bei euch melden. Um euch zu erklären, wie man da hinkommt, wo das genau ist. Welche Instanz das ist, das sind ja mehrere in der Nähe. Und danach noch, was für ein Mob man besiegen muss für dieses Quest-Item. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, bis gleich. Da bin ich auch schon. Ich bin in der Nähe von der Instanz, die Botanica. Die befindet sich da oben im Nessar-Sturm. Also, also dieses Teil hier. Ich bin also von diesem Turm einfach hier diesen Weg entlang geritten. Dann hier über diesen Hügel. Über diese Brücke. Und hier könnt ihr den Weg entlang reiten. Ich bin natürlich geflogen den kürzesten Weg. Also, was sagt uns das, dass man hier fliegen muss? Normalerweise ist das eine Quest für Level 70. Und man schon fliegen kann. Man kann sich aber, soweit ich weiß, auch von einem Hexenmeister da hochporten lassen. Dann kann man mit einer Gruppe mit. Und alleine kann ich es euch nicht empfehlen. Das ist eine 70er Instanz, soweit ich weiß. Ihr werdet es nicht schaffen. Zumindest nicht in BC Classic. Die Instanz ist bei mir auf heroisch gestellt. Das ist von dem her gesehen, egal ob normal oder heroisch. Quest Item droppt in beiden Versionen. Ich werde mich nun zu dem Gegner durchkämpfen, der diesen Schlüsselstein droppt. Und mich dann wieder bei euch melden. Heißt also, jetzt wieder eine ganz kurze Unterbrechung. Bis gleich. Da bin ich auch schon. Das ist die Kommandantin Savanis. Der erste Boss in dieser Instanz. Ist auch ganz schön viel Trash. Davor. Man kann nun entweder warten, bis sie weg geht. Und dann den Trash machen. Wie gesagt, ich bin Stufe 70. Nein, Quatsch. Ich bin Stufe 60. Aber in WoW Schedulance schaffe ich das also alleine. Und dann haue ich gleich mal den Mob. Und von diesem Mob müsste es das Quest Item geben. Empfannung. Da war es auch schon. Der Schlüsselstein habe ich gelootet. Jetzt könnt ihr euch entweder hinausporten. Das wäre aber ein bisschen fies gegenüber euren Gruppenmitgliedern. Aber ich schreibe euch nichts vor. Oder ihr kämpft euch durch. Und sobald ihr den Endboss besiegt habt, ist quasi hinter dem Boss, also wenn er noch nicht gepullt ist, ein Portal, das nach außen führt. Dann kommt ihr da wieder hinaus. Auf die Plattform, wo ihr in die Instanz gelaufen seid. Ich werde das jetzt machen. Und mich hier also durchkämpfen. Und sobald ich in der Nähe vom Abgabe-MPC bin, werde ich mich nochmal bei euch melden, damit ihr seht, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Nicht wegschalten. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Befinde mich an dieser Position. Nun geht es in diesen Turm hinein. Wo man die Quest auch angenommen hat. Muss sagen, das war so ganz angenehm. Einfach alles umzuhauen. Wenn ihr die Quest in BC Classic macht, werdet ihr da ganz schön zu tun haben, glaube ich. Und dann sollte ich auch schon gleich da sein. Quest ist abzugeben bei Erzmagier Fargot. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It's okay. Ende.